yo leute das ist immer wieder zu einer neuen runde der hero prime auf jeden fall haben wir für die für diese runde ein thema aus geht auch meine liebe freunde heute reden wir ein bisschen über und zwar hat dies in die welt besetzt und zwar geht es darum dass wir das vergleichen ja und das hat alles im comic style also es sind verschiedene charaktere dabei und die wird halt gezeichnet ich denke ich wasser die meisten von euch die leute die leute dr albis und dr albis und dann noch juliens blog genau das ist aber frühzeitig gestoppt auf jeden fall wollten wir mal so sagen ja genau das als falls ihr es nicht kennt das steht in der video beschreibung ziemlich geil auf jeden fall reinschauen ich finde es der hammer ich finde es übel geil ja apropos wir spielen live also ok ja ich hier irgendwo auf jeden fall wollte ich dazu sagen ich bin ruhig denn ja es ist da 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 ja jetzt hier gibt es die fach wiederfrage wie heißt er denn die leute an nein sehr klein ach egal preis bei mir ist der grad hier irgendwo bei mir ist der grad wo ich bin hier oh der klatscht mich übisch Leute helft mir man der ist hier irgendwo der hat mir grad richtig gegeben äh ich bin auf jeden Fall durch ihn ja durch wen jetzt? ich weiß grad nicht mehr wie er heißt ja scheiße was ja auf jeden Fall bin ich durch einen Typ draufgekommen der auch in Youtube Videos macht auf jeden Fall und dann hab ich mir das halt reingezogen und ich fand die Titelmusik ihr könnt mir sagen was ihr wollt auch wenn ihr die Titelmusik scheiße findet ich find sie der Hammer weißt du meinst du das Lied da? ja ich find's der Hammer echt ich find das fair gar nicht so das ist nicht zu meins für das dass das ein Youtuber gemacht hat ein solcher Youtuber der keine Ahnung mal davor kann mir denn niemand und jetzt so ein Hype auf jedem Video fast 700.000 äh Klicks also das ist schon richtig krass und Maxi kann ja mal erzählen Maxi kann ja mal erzählen wie er da draufgekommen ist ja ich bin durch Till draufgekommen wir haben das ein bisschen geschnackt und er hat oh ich bin vergiftet scheiße und er hat mir halt die ganze Zeit so gesagt ja schau dir das an und ich so ja ja ok ich mach und so äh hab's dann aber natürlich vergessen mit meinem geilen Gedächtnis aber irgendwann hab ich's mir dann mal angeguckt und ich fand's echt so richtig Hammer geil vor allem auch was von Auf wann dahinter steckt ihr müsst euch das halt mal oh der macht das halt in einer Woche ihr müsst euch das so vorstellen er macht das alles in einer Woche er macht das in einer Woche er macht das in einer Woche jawohl nice ich hab ihm glaub das Shit auch gegeben nice er wird ja noch ein bisschen weiter in der Lobby oder ja auf jeden Fall ähm ich bin ja über Till draufgekommen und ich fand's halt einfach Hammer was von Aufwand dahinter steckt zum einen erst mal das alles zeichnen ähm ich bin hier und zum anderen erst mal ähm bringt ja halt die Zuschauer so richtig geil mit ein das find ich auch so richtig geil wie die die Zuschauer mit einbringen und das dann alles noch umzusetzen find ich echt der Hammer also das ist richtig starke Leistung also ich find's auch übel geil weil das ist schon mal sowas übersteht auch wenn's ziemlich kurz ist fand ich's übel geil wie so Taddy und äh also ich könnt mir die ich hab mir glaub die die Folgen 1 bis 4 hab ich glaub ich glaub ich hab noch 5 bis 6 Mal angeguckt weil ich das einfach so geil fand wie die DLP und Taddy die das so aufführen am Anfang haben sie so geredet ja wir sind jetzt ein bisschen zusammen Team und dann sagt der einer nein 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 und er ist mit Miss V-Log im Team und ja keine Ahnung ich find's auch mega geil gestimmt gemacht ja er wird wahrscheinlich selber den Wurf aufwissen so genau das ist auf jeden Fall richtig geil gemacht auf jeden Fall lass da bei denen ein Abo da oder wenigstens ein Like mit der ersten bestimmt wenigstens drüber wollen und ja also ist ja auf jeden Fall richtig nice was ihr da alles so macht und so auch dass ihr das halt so durcharbeitet ich weiß es nicht wie er's macht weil ob er irgendwie's so vorzeichnen kann oder so ich weiß es gar nicht wie das so geht aber ich find das vielleicht stimmt so also ich würd sagen für heute bereitet mal ähm wenn euch diese andere Minecraft-Folge mal gefallen hat ähm lasst doch dem mal einen Daumen hoch da und auf jeden Fall nicht vergessen wenn ihr YouTuber seid und Bock auf ein Projekt habt mit uns zwei Spangy Boys dann schreibt doch uns mal an also Maxi ja tschüss tschüss